Hallo Leute und willkommen zu einer Runde Smash mit M.C. Connetto a.k.a. Giuliano Scheiße, ich war noch am Essen und sie hat Lieblingsmaid gestartet und dann dachte ich mir, Swag Er dachte sich einfach Swag und er hat den Swag auch gespielt, nein Spaß Na, Spaß Ja, okay Ja, oh, ein Apfel, oh ja Nein, nein, schon wieder die Lex, warte Ah Oh Oh mein Gott Ein Creeper Weht Oh mein Gott Ja, auf jeden Fall Ja, du hackst wie immer, ne Also Leute, ihr habt Notos Ja, kann man auch bei meiner Aufnahme perfekt sehen Das wird so ne Billigaufnahme Scheiße Kann man nicht machen Oh nein, ich hab Speed genommen, oh nein Ah Nein Nein Komm schon Es muss klappen Da kommt der, nein, der darf ja nicht drauf Nein Also ihn lassen wir machen Jolotek Nein Ich dachte, du checkst es erst nicht Oh nein, ein Gunpowder, ich will das Gunpowder nicht Ich will doch nicht den Speed Hä? Junge, ich hab wieder diese Scheiß-Lex, wieso? Nischlecks, aber Lol Nein, oh nein, ich hatte Bleibnuss Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Komma, weil man auch cool Wurde die Erschung Du bist ein Bob, hab ich das schonmal gesagt? Ich hab' Diamantschwertkollegen Ich bin aber jetzt Nein, es ist jetzt schon wieder kaputt Schneeball, der eh nichts bringt Ja Alter, meine, meine, warte, warte, bei mir läuft da was gerade nicht. Meine Massempfindlichkeit ist irgendwie wieder so schwul. Hm, schwul. Woran liegt das, was?